so da kommt der was kriegen wir hier dreierbande fehlt einen diener mit drei kopien davon in euer das sollte eure fähigkeiten hinreichend auf die probe stellen sterblicher spiel ich wieder mit dem priester passt schon oberrichter grimmstein ich finde ich schon mal immer total cool bezeichnet die figuren ok was kann der heldenfähigkeit ruft ein zuschauer 1 1 mit sport herbei ok er musste erst mal zu ende quasseln wie gern würde ich mir den rüber holen aber ich habe nicht mal ein coin macht euch bereit für eine märchenstunde mit einem drolligen pandaren lehren sucher und die jade schlange da jetzt noch kumpel hat sie durch die nächste karte als nächstes erwartet uns der bananen meister ach so könig mucker auch noch muggler genau hätte ich vielleicht doch oder legte jetzt nur noch legendarys alter die 50 prozent sind aber bei den ganz gut bei dem typen wer hat denn den in die arena gelassen gewoll das publikum ist schon ganz ungeduldig kommt ohne ja also ich bin peggel rüber ziehen den erstmal platz spiel den noch aus folgen wir wollen folgen folgen ist natürlich auch cool da bringt ja erstmal nichts bleibe ich erstmal hole ich mir peggel noch rüber habe ich schon mal in kato ich würde jedes mal eine flamme da ist ja nicht schon längst tot langsam zehn schaden so wer kommt jetzt noch mal raus das war das kumpel das war aber das oberrichter dimmsteine auch geschichte dunkelschoppen heilerinnen gold wenn dir mein video gefallen hat dann lass mir doch einen daumen hoch und abo da und wenn du regelmäßig benachrichtigt werden möchtest wenn ein neues video auf meinem kanal erscheint dann drücke auf das zahnrad neben dem abo button aktiviere ich möchte alle mitteilungen zu diesem kanal erhalten und schon wirst du regelmäßig benachrichtigt ich wünsche dir noch viel spaß bei meinen videos und natürlich auch viel spaß beim zocken schau 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 schau